Eins, zwei, drei, vier. Siebzehn, zwölf, neun. Okay. Drei, zwei, eins. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gerhard Walter. Hallihallo. Servus, danke fürs da sein dürfen. Und ich sage danke, Gerhard. Na, ich sage danke. Wir beginnen trotzdem bitte mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ja. Na, ich habe einmal, das ist schon lange her, boah, war das ewig, weiß ich nicht mehr. Da wollte ich die Skier abwaschen. Und das war aber schon fertig. Da war das so eine Zeit. Okay. Dann sprühe ich den Kabarett. Wirklich war er. Dann habe ich in der Firma stillgeschrieben. Und dann habe ich das einmal gesprühen gemacht. Na, 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 das rennt eigentlich ganz gut. Und dann hast du wieder ein bisschen gestockt, weil wieder Geschirr zum Abwaschen. Das stimmt natürlich nicht. Das ist einfach Müll. Das musst du dann ausschneiden. Ja, na, na, das macht ja gar nichts. Es ist ja... Ich weiß, es ist eine Frage, die man stellen muss und du hast doch völlig recht, weil vielleicht interessiert es jemanden, ich weiß es ja. Und es ist oft so, dass das, was man weiß, für einen selber nicht mehr so interessant ist, wie das, was man nicht weiß. Es war tatsächlich nicht so. Ja, okay. Also, falls das bis jetzt nicht klar ist. Ja. Nicht abwaschen war nicht der Grund für das Kabarett, sondern wie du richtig gesagt hast, ich habe mit Geri damals angefangen vor... Uh. Ja, ewig. Du hast begonnen beim Herwig Seeböck in der Schauspielschule und hast dort den Geri Seidel kennengelernt. Genau. Und that's a good point to start, glaube ich. Sag einmal du jetzt, bitte. Genau. Da haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann noch studiert nebenbei, obwohl ich gar nicht weiß, was nebenbei war, studiert und Schauspielausbildung gemacht und beim Herwig haben wir uns an ihm kennengelernt und irgendwann haben wir gesagt, ich glaube sogar der Herwig hat gesagt, ich müsste mal was machen. Ja. Und dann haben wir einmal was gemacht. Hast du den Herwig auch so als ikonische Figur gespeichert oder kennengelernt? Immer, wenn der Herwig so zur Sprache kommt, dann ist es immer der Herwig und alle reden und machen ihm nach. Er war so eine wahnsinnig wichtige Figur für so viele Leute. Ja, aber das ist so. Das muss ich wirklich sagen, weil ich habe mir ja Gedanken gemacht, weil ich eine Schauspielausbildung machen wollte, wo mache ich das? Ja. Und irgendwie, und das ist wirklich meine subjektive, Wahrnehmung, das war alles so ein, etwas angekrampft war mein, der Eindruck, den ich von den Schauspielschulen hatte. Ich kenne nicht alle und es war so ein kleiner Zufall, dass jemand sagt, ja, aber ich habe mich halt, das war mein Eindruck. Und da ich dann gewusst habe, der Herwig, da war auch dann der Roland Thüringer und ich glaube der Freddy Dorf und ein paar andere und die habe ich sehr lustig gefunden und habe gedacht, da will ich auch hin. Die waren alle, ich meine, wie waren das eigentlich damals? Waren es hier mehrere Klassen oder war das so eine Gruppe? Nein, ein Sauhaufen war das. Okay, okay. Aber ein Sauhaufen. Also im positivsten Sinne des Wortes. Ich tue mir gerade schwer mit dem Begriff, weil so viele Leute jetzt dabei sind, von denen ich so viel Respekt habe, aber nennen wir es halt einmal. Dieser Sauhaufen hat sich dann einmal in der Woche getroffen und hat da gemacht, was der Herwig halt vorgeschlagen hat. Also es war so, dass der Roland Thüringer und der Freddy Dorfer und ich glaube der Hader und der Nowak und so, die Andrea Händler waren eine Generation quasi vor uns. Ja, und dann, wie ich dazu gekommen bin, hat sich das dann so formiert mit dem Gary Hauptsache und ein paar andere. Heißt nicht, dass wir im Mittelpunkt standen, aber da war eine Gruppe und ich sage deswegen das Wort Sauhaufen, nämlich wirklich im positivsten Sinne, weil es war nicht hyperkoordiniert, es war nicht, das hat man jetzt zu tun, aber es war immer, was der Herwig geschafft hat und das muss ich ihm hoch anrechnen, er hat immer die Angst genommen. Ja, das habe ich sogar schon gehört. Ich habe nie Angst gehabt, dass ich von einigen meiner, oder von anderen Menschen, die Schauspielunterricht genommen haben, woanders, ja, da muss ich mich, und da hast du dich gemerkt, der hat ja auch Angst. Ja. Und das war nie beim Herwig. Das war immer ein, wir machen das und dann machen wir das und dann war es meistens ein Spaß. Oft war es auch Müll und oft war aber was Gutes auch dabei. Und das war das Tolle, da bin ich ihm echt bis heute dankbar, dass man nicht das Gefühl von zurückhalten hatte und von das darf ich aber nicht machen, weil ich werde ja beobachtet, sondern mocht. Ja, darf ich einmal noch, damit ich ein bisschen ein besseres Bild vielleicht kriege von der Situation damals, das war, glaube ich, beim Herwig daheim, oder? Das war unterschiedlich. Einmal was beim Herwig daheim, ich glaube sogar bei mir in der Wohnung haben wir damals was gemacht und ich glaube auch, wir haben so einen Raum gehabt, irgendwo gemietet einmal und das war immer ein Chaos. Also es war jedes Mal ein aufs Neue, immer wieder neuen Wahnsinn erfinden und zwar in alle Richtungen. Aber war das so ein Wahnsinn, den, sagen wir mal, der Herwig von vornherein geplant gehabt hat, der hat gesagt, zum Beispiel, wir machen heute eine Zahnarzt-Szene oder irgend sowas oder sag einmal du, wie ist das abgelaufen? Ihr habt euch da einfach getroffen und da waren ja Leute, ich habe jetzt wieder so alte Bilder gesehen, durch den Geburtstag von Roland Thüringer sind wieder in den Medien so Bilder aufgetaucht von früher, wie da eben alle beieinander stehen. so der Fredi Dorf, der Andrea Händler und so weiter und es schaut irgendwie, es schaut kultig aus irgendwie und ich denke mir oder frage mich gerade, wie war, wie war, oder wie hast du mitgekriegt, wie haben sich da alle getroffen, wie sind die aufeinander zugegangen und vor allem, wie ist dann das entstanden, was dann ja letztlich herausgekommen ist? Boah, das ist eine gute Frage, Rüe, du fragst mich nach einer Ordnung, die ich im Nachhinein konstruieren müsste, glaube ich. Oder sag einmal deine Eindrücke. Es war von Anfang an immer ein, ich glaube, wenn wir uns bei mir in der Wohnung getroffen haben, da ist er ums, hat er noch nie geläutet bei mir. Er ist immer um die Ecke gekommen und es war im Sommer, die Fensterofen und du hast schon gehört vom Ecken, Gerhard! Denk mir, warum läutest du nicht? Du kannst doch einfach, jeder andere läutet auch an, das ist ganz normal. Aber das war der Herwig und das war cool und dann haben wir uns getroffen, in welchem Raum auch immer und ich glaube, manchmal haben wir uns was überlegt oder der Herwig hat was vorgegeben, aber das war alles, von jeder Ecke, einmal Comedia dell'arte, einmal irgendeine Szene, wo du Shakespeare spielst, also ich dann ab und zu eine Faust habe, wollte ich mal einstudieren und ich sage zum Herwig, du Herwig, ich will gerne Faust machen, kannst du mir da helfen und ich kann aber den Text doch nicht. Ich muss den erst lernen, aber ich möchte das einmal lernen. Nein, nein, den braucht er nicht. Ich meine, was? Nein, ohne Text bist du frei. Ich meine, ich kann aber den Text nicht. Herwig. Und das klingt jetzt total deppert, aber dieses sich nicht in die Hose machen, obwohl das ist eine Spur zu viel, aber das war immer ein, hab keine Angst, nach Fuhr, probier mal, aber um deine Frage, vielleicht weiche ich deine Frage jetzt sogar aus. Nein, nein, es ist gerade sehr interessant, finde ich. Es war, glaube ich, diese, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, diese Truppe, die immer so Freude hatte an dem, was sie macht, ja, nämlich, und das waren wirklich interessante Persönlichkeiten, sage ich mal, das war jetzt halt ein, ein Typ, Mensch oder Schüler, das war aus jeder echten was, jeder ein unterschiedlicher Charakter, also wenn man den Gary jetzt kennt und wenn man mit dem zusammengearbeitet hat, Gary war ein Charakter, die anderen waren aber auch alle Charaktere und ich, wenn ich das über mich sagen darf, bin, glaube ich, auch in einer Art und Weise einer. Ja, sowieso, dann sagst du einfach ich über die, ich kenne die ja, ich kenne die ja ein bisschen und ich weiß das und das Interessante, wenn ich einen ganz kurzen Einhaken darf, dass eben, das Interessante ist, dass das einerseits scheinbar eine homogene Gruppe dann geworden ist und andererseits, aber dann tatsächlich ja doch so viele unterschiedliche Richtungen von Kabarett entstanden sind, die letztlich ja mehr oder weniger fast im Alleingang oder insgesamt diesen ganzen Kabarett-Boom, der dann in den 90ern und Anfang der Nullerjahre passiert ist, ja eigentlich veranstaltet haben. Ja, also das habe ich auch sehr genossen, diese, nicht wir brauchen, ich glaube, das war gar nie die Frage, ich glaube, der Herwig oder wir haben uns die Frage gestellt, was für ein Typ oder welche Art von Schauspielkollege soll das sein, sondern jeder war irgendwie eine Persönlichkeit und die haben sich zusammengefunden aus der Freude am Machen heraus und aus der Freude am gemeinsam lustig sein eigentlich und wenn vielleicht man bei einer geschnuppert hat und dem hat es nicht taugt, das hat er, glaube ich, schnell gemerkt und zwar ohne, dass man ihn nicht will, sondern das ist nicht, das ist nicht so, das passt nicht für mich, so wie für mich zum Beispiel eine, vielleicht eine klassische Schauspielschule nicht passt, oder ich habe sie einfach nicht gefunden, weil für mich beim Herwig wirklich ein, ich kann mich dort auslassen, entdecken, Völler machen und dann das, was ich brauche, aber mitnehmen. Also Freiheit, das wäre das Erste, was mir beim Herwig einfällt an der Truppe, Freiheit, eine Möglichkeit mit Spaß haben, frei zu sein, was entdecken, was man vielleicht am weiteren Lebensweg verwenden kann und worum man Spaß hat, bei aller Ernsthaftigkeit. Er hat dann schon auch gesagt, das machen wir alles. Aber es waren auch so Inputs, ein Kollege damals, ich glaube Shakespeare war das, Macbeth, und der hat das gespielt und die Szene mit dem Dolch und der Herwig gesagt dann, lieber, lieber so und so, seien wir jetzt nicht böse, aber das war jetzt nicht, ist das ein Dolch, den ich vor mir sehe, sondern, wer hat mir da am Tisch geschissen? Und das könnte mal eine sarsche Kritik auslegen, da aber alle einen leichten Knall in der Birne hatten, konnten wir das alle als das nehmen, was es ist, nämlich eine lustige Kritik und er hat es immer gut mit uns gemeint. Er hat kein Arbeit gemacht, nie. Selbst das, was sich jetzt so komisch anhört, war ein, das ist in Ordnung und ich weiß, dass du ein lieber Kerl bist, ich weiß, wie du es meinst. Es war immer auf Augenhöhe irgendwie, das war für mich sehr angenehm. Ja, das klingt auch gut, es steckt sich ein bisschen mit dem, was man halt einfach immer so ein bisschen an Legenden und Mythen da rundherum hört. Also ich glaube, bei allen Schülern, die beim Herwig waren, ich glaube, du bist kein Finn, der schlecht über den Herwig redet. Nein, habe ich noch nicht. Und das sind keine Leute, die Angst davor hätten, was Falsches zu sagen, und die Leute sagen, das hat man nicht taugt, wenn es so war. Aber das ist, glaube ich, bei niemanden von Herwig-Schülern so. Ja, interessanterweise. Ich hätte zu dir jetzt noch eine kurze Frage, hast du eine Schauspielschule gesucht, um Kabarettist zu werden oder wolltest du einfach einmal Schauspieler werden? Ich habe irgendwann, habe ich mir überlegt, während ich studiert habe, also das war überlegt, eigentlich der falsche Gedanke, weil da überlegst du nicht viel, weil du es gern machst und du schaust gern wie Filme und du machst doch immer so eine Art, wurde mir gesagt. Und jetzt kommt der Klassiker, ich habe schon es gehen, aber es wurde mir berichtet, dass ich nicht ungern Menschen unterhalten habe. Okay. Das ist jedes Klischee, leider folgt da halt auch eine. Ist aber so. Also nicht sehr kreativ. Ich hätte das mit dem, außergewöhnlicher ist das mit dem Skier. Aber es war tatsächlich so. Ja, okay. Jetzt wird es ja so eine Mischung sein. Es ist eine Mischung sein. Es ist immer, ein Skier ist immer dabei. Was du im Leben machst, Geschirr waschen musst du immer. Ja, richtig. Und du warst aber sicher dann auch beim Geschirr waschen schon lustig, oder? Ja, verdammt lustig. Beim Cirque du Soleil haben sie auch gefragt, ich habe aber keine Zeit. Ja, ist ja klar. Da war ja so viel Geschirr zum Waschen. Das war ja der Wahnsinn. Die haben es gesagt, ich warst Geschirr beim Trapez. Da habe ich gesagt, nein, ich weiß noch nicht, muss ich mitgerufen. Ja. Die, wo war ich? Üfmar-Rudy? Richtig, Schauspielausbildung. Ja, es war der Gedanke, Schauspieler zu werden. Und ich habe aber einen Platz gesucht, der für mich passt. Ich habe den, ich habe ihn nie beworben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht, ich komme da mit den, wirklich subjektiv, gilt nur für mich. Ich möchte die Schauspielschule nicht schlecht drehen. Weil ich nicht das gefunden habe, wo ich immer denke, da springe ich auch. Und ich habe dann viel in Amerika gesucht, nach Schauspielschulen. Wirklich war er auch gut? Ja. Und bin da ein bisschen umeinander gefahren. Und habe dann ein paar Kurse auch gemacht in den Staaten, was sehr nett war. Und mir war dieser Zugang angenehmer. Also der beim Herwig jetzt? Nein, der in den Staaten auch zum Beispiel. Ah, wirklich war er? Ja. Ach so, okay. Weil das war so mein Eindruck. Die fangen das Haus ein bisschen weiter unten anzubauen. Also ich kann mich an Übungen erinnern, wo du einfach nur dir das T-Shirt oder die Jacken umziehst. Und zwar so glaubwürdig wie möglich. Okay. Du sagst noch keine Wurde, was du überhaupt nimmst. Okay. Nur, dass du nicht jemanden beeindrucken willst, sondern einfach mach das nur. Mhm. So, als würde halt keiner da sein. Und das klingt relativ einfach, ist es aber zu Beginn, nicht? Okay. Weil man immer so Don't try to impress your fellow students. War so ein Satz, den ich überwürdig. Versuch nicht zu beeindrucken. Okay. Acting heißt im Englischen, machen. Mhm. Und das hat mir irgendwie taugt. Das war wirklich angenehm. Ja, klingt auch extrem interessant. Ja. Und ich habe in San Francisco meinen Kurs gemacht und auch ein nettes Erlebnis für mich, wo da fünf Amerikaner waren und ich. Und ich habe dem Lehrer gesagt, ich bin aber, das ist meine Muttersprache. Ich glaube, mein Englisch ist okay, aber das ist meine Muttersprache. Und der hat mir auch geschaut und mir dann, na und? Wie ist das? Ja, komm, komm. Ja, und? Weil als gelernter Europäer und noch mehr als gelernter Wiener denkst du einmal, na ja, aber geht das überhaupt? Ja. Ja, ja. jedes Künstlers. Natürlich, speziell so in Österreich und in Wien und so weiter und das war es eben in dem Fall nicht. Für mich, also ohne es zu werten, weil, who am I? Ja, mir war das näher. Ja, ja, ja. Mir war das einfach näher und gemütlicher und das sind aber auch gute Leute. Das kann ich mir schon vorstellen. Das sind gute Leute, wo ich mir denke, uh, na da sage ich nichts, weil das da spüle ich nicht. Bist deppert. Ja. Da mache ich mich, da höre ich nur zu. Mhm. Ja, weil das ist so lässig gespült, dass ich mir denke, lerne einfach. Halt die Gau schon lernen gehört. Okay. Und wie lange war diese Phase in Amerika ungefähr? Das war immer wieder mal. Ach so, so. Das war immer wieder mal. Weil ich das Land auch mag und ich meine, jetzt das zu sagen ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man die Nachrichten aus schaut. Ja, aber ich verstehe ja total, was du meinst. Da geht es ja jetzt um einen Lifestyle oder einen schauspielerischen Zugang. Wir reden ja nicht über Politik. Richtig. Und das habe ich immer, das habe ich irgendwie, mir war das angenehm, dieses Probleme erst dann machen, wenn es, Auftritt oder so. Naja, oder wenn man es, wenn man, man soll ja vorausdenken, aber nicht unnädig sich in einer Angst eingraben oder ein, was könnte alles passieren. Naja, das werden wir sehen, wie du das vor der Kamera machst und wenn es nichts ist, machst du es beim nächsten Mal anders und dann schauen wir, dass es weitergeht. Ja, okay. Und mir war das angenehm. Mhm. War das sozusagen, oder war das dann parallel, sagen wir, die Schule beim Herbig und diese Kurse in Amerika? Das war alles irgendwie, ich glaube die Uni und ich habe dann auch die Schauspielprüfung bei uns gemacht, da gibt es so eine von der Paritätischen Kommission und auch die Kurse in den Staaten, das war alles so in einem Mischmarsch, immer wieder so in einem parallel hin und her gehüpft, bis dann halt irgendwann die Entscheidung kam von, gut, jetzt musst du halt, weil die Uni ist, die Schauspielausbildung, obwohl es ja eh nie fertig, wenn man den Beruf macht, ähm, was machst du jetzt? Und da ich aber Comedy immer geliebt habe, ähm, wobei ich höchsten Respekt vor guten Schauspielern habe, also das ist so dermaßen schwer und wenn man das so gut macht, wie die das machen, ist das zum Hignieren. Von wem sprichst du zum Beispiel, damit ich dir ein Bild habe? Wenn, wenn siehst du vor dir, wenn du sagst, das ist, der spielt so gut, dass du kannst dich nicht mehr hignieren? Ja, ich habe zum Beispiel, einmal habe ich gesehen, in New York, das war in, boah, ich weiß das Theater nicht mehr, in Brooklyn, glaube ich, war das. Der Ralph Fiennes hat gespielt, Richard den Zweiten. Und das war sie, weil ich habe das, damals gab es ja noch kein Internet, ich glaube, das ist schon so ewig her, ja. Und da habe ich mir in einem Heftel gesehen, Ralph Fiennes spielt in, ich weiß das nicht mehr, großes Theater in Brooklyn, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, das will ich sehen. So, bin aber nicht der Einzige, der diesen Gedanken gehabt hat, dass er das sehen will. Und habe dann angerufen, und habe gesagt, was es noch Karten gibt, die haben gemeint, hey, hey, kaum. Es gibt aber die Möglichkeit, am Abend, bei der Abendkasse, das mache ich. Die Schule hat, glaube ich, um acht begonnen, war ich um sechs Uhr dort, lieb gedacht von mir, aber gab nichts. Und er hat gesagt, okay, nächsten Tag muss ich früher hin. Dann wäre, glaube ich, einmal halber vier oder so. Nach dem zweiten halt, gab wieder nichts. Er hat gesagt, nein, jetzt wird es aber, jetzt beweise ich mir, dass ich Akkarten kriege. Jetzt ist mir das lustig. Da war ich am dritten Tag um zwölf Uhr zum Mittag dort, habe ich mit Zeitungen eingedeckt, habe mich vor den Eingang gesetzt und habe dann wirklich sieben Stunden gewartet, bis ich Akkarten gekriegt habe. Aber du hast es gekriegt. Dann habe ich es gekriegt. Ja, aber das ist natürlich schwer dedicated. Ich meine, das war schon ein Auftrag auch für dich dann. Du wolltest das. Ja, da habe ich ein bisschen entwickelt. Ich meine, nicht nur die Karten, sondern du hast einfach, ich wollte es sehen. Ja, und vor allem, du hast als Schauspieler einen irrsinnigen Drive und einen irrsinnigen, wie sagt man da jetzt, ja eben, eine irrsinnige Dedication gehabt, einfach das zu machen und zu sehen. Das habe ich wirklich gehabt. Also ich weiß nicht, ob es sich dann vermischt hat von, pass auf, New York, du wirst mir nicht sagen, was ich mir ausschauen, was nicht. Das entscheide ich. Und wenn ich mich vier Tage vorher hinlege, vielleicht war es auch ein bisschen das. Aber ich habe das wirklich bewundern. Ich habe das dann nicht, auf der Welle bin ich nicht weiter geflogen. Das ist, jetzt soll ich es überhaupt sagen. Es ist mir halt bei uns nicht so gelungen, die Freude am Schauspiel hochzuhalten. Vielleicht ist es auch wahrscheinlich auch kulturbedingt, ich weiß es nicht. Möglich, ja. Also ich denke mir oft zum Beispiel, wenn es sich, in Filmen hat mit Schauspiel, jetzt mit der aktiven Ausbildung von Schauspieler nicht viel zu tun, aber so Autounfälle oder Car-Crashes in amerikanischen Filmen zum Beispiel, dann funktioniert es dort natürlich besser, weil es einen Kontext gibt. Weil dort ein Autounfall auch wirklich ab und zu so ausschaut. Oder eine Verfolgungsjagd. Wenn dann bei uns in einem Film eine Verfolgungsjagd passiert, passt es nicht in den Kontext. Weil wie oft passiert das? Wie oft wird der Drogentiller wirklich über den Highway verfolgt, was in L.A. Downtown passiert. Ah ja. Jetzt weiß ich nicht, wie sich Neulenkbach konkret gerade ausschaut. Ja, ich auch nicht genau, aber was ich weiß, ist, was du meinst. Ich habe mir das überlegt, es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum so eine Art Gangster-Rap. Ja, klar. Genau, guter Punkt. Genau das meine ich. Genau das meine ich, dass das nachgespielt ist, aber nicht echt. Ich habe mir dann wirklich gedacht, what the hell? Was ist bei uns zu Gangster about? Was singst du? Ich meine, wenn du in Skid Row singst in L.A. Downtown, okay. Oder New York, England, Fiat in the Bronx. Was singst du bei uns? The bus is two minutes late. Hate, hate. Die Sozialversicherung steigt. Das ist ein Wahnsinn. Wie hältst du es momentan so? Schaust du für amerikanische Stand-Up-Comedy? Oder? Immer wieder mal. Also ich, man wird ja auch älter. Also, gilt auch für mich, da bin ich, bei denen so die meisten, die älter werden, bei denen vergeht Zeit und da gehöre ich auch dazu. Ja, man merkt es kaum. Das möchte ich schon sagen an dieser Stelle, aber. An mir meinst du? Willst du was essen? Ich müsste wieder abwaschen und ein paar Kram schreiben. Das ist Barriere. Ich schaue auf, ja, es gibt Sachen, die ich schaue, aber im Moment bin ich auch ganz gut beschäftigt mit dem, was ich vorhabe, mir Gedanken zu machen. Okay. Über das, und das musst du mir nachsehen, würde ich aber im Moment nicht so gerne sprechen, weil, was ich nicht mag, ist jetzt die Goschen aufreißen und dann kommt nicht das dabei raus, was ich mir vorstelle. Auf jeden Fall, verstehe ich vollkommen. Es hat nichts mit Heferlobwaschen zu tun. Okay. Aber ich habe gewisse Sachen im Kopf, wo ich mal für mich selber checken muss, geht sich das aus. Ah, das klingt cool. Ja. Okay, na, dann. Also bitte um Verständnis, weil ich will nicht, dass man. Auf jeden Fall, dann lasse ich mich, dann lassen wir uns einfach überraschen. weil es da, wie es leben ist. Da denkt sich dann, ja, und dann, aha, anders, gut, muss ich umstellen. Ja, verstehe. Nur weil wir jetzt schon dabei waren und weil es so naheliegend ist dadurch, du hast mir unlängst einmal erzählt, du überlegst, oder du spielst mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen. Hängt es damit zusammen? Ich muss so jetzt weniger reden in der Garderobe. Schön, dass wir miteinander gespielt haben. Ich sag das ja, Gerd, halt der Goschen. Soll ich der Goschen, ja. Ich kann's, ich nehm's aus, aber wenn du es nicht drinnen haben willst, ich nehm's aus. Nein, nein, nimm's. Nein, du hast recht, das ist der Gedanke, das überlege ich, ob ich mal, solange ich meine müden Knochen noch tragen, mein Ohr ist irgendwo hinzah, das kann man schöner sagen, also mich geografisch umsattle. Okay. Ja, aber das ist wirklich nur ein Gedanke, an dem ich zwar bastel, der mir viel Freude machen würde, aber I don't know, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, aber der Gedanke macht mir Freude, ich bastel das noch ein bisschen, ich hoffe, es kommt was dabei raus, und du siehst, im Gegensatz zu dem, was ich vorher ausgeschossen habe, verbal, merkt man schon an den vielen Pausen, und am Verlust von gewisser Grammatik und Hauptwörtern, dass ich mir dann nicht mehr so ganz sicher bin, wie ich es mache. Aber es juckt mich der Gedanke. Ja, und ich finde, es ist erstens ein sehr interessanter Gedanke, sehr sympathischer Gedanke, und er passt da sehr gut zu dir, wenn ich das so sagen darf. Mir geht es. Weil wir haben ja dann doch ein, zwei Mal darüber geredet, und du hast ja nach wie vor eine große Affinität zum Englischsprachigen. Ja, liebe Englisch. Ja, speziell zum Amerikanischen oder aber auch zum Englischen. Und ich will da jetzt aber wirklich nicht weiter nachbauen. Du kannst ruhig, du, dann, 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 wo würdest du hinziehen, eher nach Amerika oder eher nach England? Ich habe so beides am Schirm, und das ist eine gewisse Unentschlossenheit, die ich in mir trage, weil mir taugt, wie du gesagt hast, Englisch grundsätzlich, und auch, was jetzt Comedy-Szene betrifft, ist, hat es überall, wie ist die Mehrzahl von Plus? Gibt es sowas? Pluses? Plusen? Ach so. Futter. Plüsse. Plüsse. Plüsanzen. Stimmt sicher nicht. Wahrscheinlich gibt es einfach gar kein Plural, und wir, sagen wir, bleiben wir bei Vorteile. Bin ich froh, dass der Gunkie nicht da ist, der hätte es gleich wieder schlecht. Ich begrüße an dich, Gunkie, falls du es hörst. Großes Shoutout. Ja, also dort bin ich am Basteln, ich glaube, es juckt mich einfach das Erlebnis, einfach seinen Arsch zu heben, und zu sagen, und die Comedy-Szene ist cool hier, aber einfach für mich zu schauen, was ist irgendwas, wo dringend lustig ist. Ja, sicher, ist voll spannend, und das ist ja nicht einmal so kompliziert, wenn ich an dieser Stelle sagen darf, weil du kannst ja zum Beispiel in New York oder so sehr einfach in kleinen Comedy-Kellern einmal anfangen und schauen, was passiert. Das ist mir zu wenig, ja. Also ich möchte, ja, ja, nein, ist klar. Wenn möchte ich, naja, Rudi, was ist los mit dir? Ja, ja. Wenn möchte ich mal in Madison Square Garden anfangen, und zwar, die erste Szene habe ich schon als Opern, so Cheerwaschen, mit dem möchte ich einsteigen, und nach dem baue ich einfach den Rest auf. Ja, kann aber eh schon nicht mehr viel passieren. Ah, Heferlobwaschen, der Rest ist Impro. Ja. Die hier müssen sich ergeben. Kann aber schon nicht mehr viel passieren, wenn du mich fragst. Würdest du die Comedy, oder was du momentan machst, eigentlich im Großen und Ganzen inhaltlich und da von der Präsentation her so beibehalten und nur in einer anderen Sprache machen, oder würdest du wirklich was anderes probieren? Das jetzt diese Pause ist nicht wie das Mikro hin ist, sondern weil ich nachdenke, weil sie sehen das jetzt nicht. Das ist eine sehr gute Frage, und darüber denke ich auch selber nach. Ah, ja. Darüber denke ich wirklich selber nach, weil ich mache ja im Moment drei Sachen. Das eine ist, ich spiele mein Solo, ich spiele mein Gunkel, das Herz und Hirn, und ich spiele auch mit dem Jürgen Vogel, Vogel ohne Ehe, Heiltherapie, dieses Stück, wo Sigmund Freud Hitler therapiert. Genau. Und ich glaube, wenn ich fühle es nicht, was mir glaube ich schon nicht allzu schwer fällt, ist, dass mir Dinge einfohlen beim Schreiben. Und da bin ich jetzt auch dabei, irgendwie was zu finden, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist, ist eigentlich wurscht. Das klingt jetzt däppert. Nein, sag es einfach nicht. Aber was mich noch interessieren würde, weil ich mache das jetzt echt schon ein Zell, and I'm running out of topics. Ich denke mir, ich habe schon Nummer über, also über Liebe, außer zu sagen, macht es das nicht, fällt mir nichts ein. Okay, okay, aber damit, ja, damit fällt aber wirklich ein großes Feld weg. zum Glück. Vielleicht mal so eine Beziehungsprävention ins Leben. Okay, ja. Also damit, da schaue ich gerade, was mich denn noch interessiert, weil ich trete ja dann damit an. Also, wenn ich nicht auf eine Bühne gehe, dann muss mich das interessieren, weil sonst gehe ich auf keine Bühne. Also das ist ja, also wenn ich nichts zu sagen habe, dann, also nicht im philosophisch-politischen Sinne, wenn es nicht in mir irgendwie was auszündet, dann die Goschen. Ja, das ist ein nobler und einer der richtigsten Zugänge überhaupt, was man halt so hört. Ich finde das normal. Also das ist halt normal. Man denkt, nur damit ich hingehe, damit ich das Quarant rausgehe, das kannst du mit den Kleiderbügel einschmeißen. Okay, okay. Ja, aber das heißt, eigentlich überlegst du gerade, was so Themen sind, die die interessieren könnten oder die dich tatsächlich interessieren und die du dann thematisieren würdest. Genau, es ist ein bisschen der Versuch, das kann ich auch sagen, Absurdes mit nicht allzu Depperten und Lustigen zu kombinieren. Das ist grob der Ansatz. aber wenn ich das so sagen darf, dann bist du aber nicht so weit weg von dem, was du aktuell zumindest in deinem Solo machst. Ja, es ist nicht, und obwohl auch da, weil nicht nur, also Zeit vergeht ja von Menschen unabhängig, ja, der Gunkl ist nicht da, das können wir anders abreden. Okay, aber solange der Folgen kann, sage ich einfach. Nein, jetzt waren wir eh abgebogen, noch eine halbe Stunde. aber ich bin heute alleine hier. Liebe Grüße doch mal, Gunkl. Das Programm habe ich angefangen zu schreiben, eigentlich, eigentlich habe ich es vor vier Jahren schon angefangen zu schreiben, nämlich ein anderes, und da war ja ein Solotermin ausgemacht, dann kam aber die Pandemie dazwischen und fünf Tag vor der Premiere hat es geheißen, es geht leider nicht. Da habe ich mir gedacht, das ist zumindest anders. Okay, wir reden jetzt von deinem aktuellen Solo. Richtig. Dann, aber das ja nicht so ist, dass du sagen kannst, okay, wenn es dir der Premiere liest, mache ich ihn heute in zwei Monaten, wir kennen das Spiel, du musst halt, ah ja, im Frühjahr was rausmachen. Ich wollte aber nicht mit dem, was mir vor eineinhalb Jahren eingefallen ist, eine Premiere spielen. Ah, wirklich? Das heißt, ich habe alles weggekaut. Na. Ja. Weil ich wollte die Frische, die es in mir hat, mitnehmen und zur Premiere tragen. Aber auch das, ich finde, du hast generell in sehr vielerlei Hinsicht einen sehr hohen, ich weiß nicht, ist ethisch jetzt das richtige Wort, einen sehr beruflich-ethischen Anspruch einfach an das, was du machst, oder? Entweder das oder ich bin ein Trottel. Nee, ich habe schon das Erste gesagt, ich möchte ja auch noch ein bisschen reden jetzt mit dir, aber tatsächlich, also das heißt, du hast dein Programm weggeschmissen einfach. Ja. Wahnsinn. Okay. Und das liegt jetzt irgendwo uns furcht. Okay. Nein, da bin ich auch, also mir sind viele Dinge nicht wichtig. Also wenn ich, wenn ich beim Einkaufen, wenn sich einer Fuhr trinkt, denke ich mir, ich gehe fuhr, ich habe daheim jetzt die Minuten, schenke ich da. Also wirklich, beim Bus, wenn der in fünf Minuten kommt oder in 15, denke ich mir, ja, mir ist das wirklich. Was ich aber wirklich ernst nehme, ist das, oder soweit ich kann, das, was ich gerne mache. Da bin ich, manche sagen überkritisch, aber ich denke mir, so gut ich es kann, möchte ich es jetzt machen. Und wenn dann die Leute sagen, ist das schade, denke ich mir, okay, aber das war das, was ich ehrlich angeboten habe. Okay, den Eindruck, den kriegt man aber auch sehr stark bei dir. Das kann ich, glaube ich, schon so sagen. Also ich möchte mir nicht den Vorwurf machen, ich möchte mir nicht schuldig bleiben. Ja, ja. Was die anderen damit machen, da kannst du sich nicht allen recht machen. Manche werden es mögen, andere werden es sagen, ist das scheiße. Denken wir, it's cool. Ja, es ist in Ordnung. Nur für mich möchte ich, und das klingt jetzt auch so pathetisch, aber das mache ich schon so sauber bleiben. Ja, also das ist, das ist für mich, ist das jetzt nicht ein, wie bei der Schularbeit, wenn man dann sagt, naja, wenn ich jetzt ja vierer vielleicht rausgebe, weil ich hätte eigentlich meine Gelernt hätten. Naja, ist klar, dass du dann die Wartschule einfangst. Und eigentlich wäre es mir jetzt auch bei der Schularbeit wurscht, weil ich habe in der Schule auch nie gelernt. Aber jetzt ist es mir doch wichtig, dass ich für mich das Gefühl habe von, da kann ich mit einem guten Gefühl rausgehen und ehrlich sagen, mögt es oder mögt es nicht, damit habe ich kein Problem. Aber für mich möchte ich nicht das Gefühl haben von, naja, eigentlich hätte ich es schon, wenn du noch ein bisschen was gemacht hättest. Ah, verstehe, okay. Und das ist, das weißt du eher genauso wie ich, dass ich es dann entwickle, im Laufe des Spiels, da brauchen wir nicht reden. Ja, klar. Aber vom Grundsätzigen möchte ich, und ich möchte mich auch fordern. Das ist ein, was auch, fällt mir da noch was ein? Fällt mir noch irgendwas ein, wo ich irgendwas finde, was vielleicht wirklich ein, Geil. Okay. Wie entsteht der Programm bei dir? Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Blödsinn sage, nein, mach es gleich, Scheid. Ich bin ein Vielschreiber. Also ich schreibe auch dann, wenn nichts zum Tunen ist. Also ich schreibe nicht, weil ich muss. Okay. Ich sitze fast jeden Tag und schreibe was. Wirklich? Ja. Und irgendwo hast du dann, auch im Kaffeehaus oder bei dir daheim, da am Tisch? Meistens in einem Kaffeehaus. Ja. Weil zu Hause komme ich aus dem Pyjama-Feeling nicht so gut raus. Ja. Also auch wenn ich kein, wenn ich nicht muss und ich muss eigentlich nicht, aber ich stehe jeden Tag auf mit... Jetzt habe ich jetzt verstanden, worauf sich das muss beziehen. Wow. Ja, das war toll. Das steht wirklich jeden Tag auf? Und das machen die wenigsten. Naja, und wenn man es, wenn man es sagt, ist es dir wirklich jeden Tag auf, wo er nicht muss, ist es schon wieder ganz so sein. Oder? Oder wenn die Leute werden mich assen, die eben um Sexe aufhauen müssen. Das ist wirklich ein Nuxus und das weiß ich auch zu schätzen, dass ich nicht wirklich oft einen Wecker brauche. Die Hake muss halt gemacht werden. Hat Vor- und Nachteile dafür, aber wochenend ist bei mir wurscht. Aber das ist jetzt alles kein Jammern, no whining, das ist super berufen, fertig. Aber die Frage war eine andere, nämlich, wie komme ich zu einem Programm? Ja, Vielschreiber. Und da würde mich schon einmal ganz kurz interessieren, du schreibst daheim, das haben wir gerade, oder im Kaffeehaus, oder halt irgendwo. Meistens im Kaffeehaus. Also ich versuche, mein Zuhause zu verlassen, weil dann in mir ein, weil ich besser aktiv bin, weil ich wirklich dann aufstehe, Zahnbocken, wo ich gehe und dann komme ich in die Aktivität. So funktioniere ich. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, nein, gar nicht. Und links hat mal jemand erzählt, im Kaffeehaus ist die Umgebung auch so wichtig, weil da so Eindrücke halt dann entstehen. Du hast so Leute um dich, du hast so Stimmen, so eine Stimme, so ein Grundrauschen, nennen wir es mal so. Das ist sehr wichtig. Und vor allem, wie kommst du dann zu deinen Themen? Weil ich sage mal so, wenn du ein Deadline hast oder so, dann quetscht man sich halt irgendwas aus. Aber wenn du das nicht hast, du sagst, du schreibst einfach immer, wie kommst du dann zu deinen Themen? Ist es aus der Zeitung oder was dich halt einfach so beschäftigt? Du denkst dir generell sehr viel nach. Das weiß ich und das merkt man. Ja. Ja. Wie komme ich zu meinen Themen? Es wird, wie gesagt, im Laufe der Zeit eh herausfordernder, das zu finden, was ich gerne erzähle, was aber okay ist. Und da findet sich auch immer was. Es ist an der Fülle, was ich mir mal notiert habe, gilt es dann und das kommt in einem Prozess von irgendwann wieder ausschauen. Und ist es noch das? Also hat mich damals, wie es mir eingefallen ist, war es eher die Freude am, das ist mir eingefallen und das Hirn schüttet was aus? Oder ist es wirklich was, was auch interessant und spannend ist? Weil ich glaube, das Hirn macht da zwei Sachen. Nämlich, aha, Leben ist, das könnte lustig sein, dann liest es aber eine Woche später durch. Denkst du, das war damals, weil das Hirn dir gesagt hat, juhu, lustig, dir hat das eingefallen, hat sich das gut auch gefühlt. Schätze ich aber heraus, ist aber von außen betrachtet, zwei Tage später oder drei Wochen später nicht mehr so leihwand. Also für mich habe ich so ein, wenn Themen sich immer wieder wenn es immer wieder kommt, ja, dann hat es was für sich, ja, dann für mich, ja, das interessiert mich in zwei Wochen wieder und dann springe ich wieder an und das, worüber man spricht, ist glaube ich das, ja, das, die interessante Sache, also das ist, und das juckt mich auch beim Spielen mit dem Gunkel und auch das, beim Spielen mit dem, mit dem Jürgen, das hat alles was so, das ist interessant oder lustig, sich darüber Gedanken zu machen und das ist ein Filterprozess, glaube ich, ich denke selber noch, aber ich glaube, es ist ein Filterprozess, wo, wo ich mir dann denke, das gefällt mir eigentlich immer noch, kann man das irgendwo einbeten, ist das interessant genug, ist das spannend genug, ist es außergewöhnlich, ist es new, ist es funny, ist es interesting, das ist so ein bisschen, weil ich denke mir dann oft, egal, wo es man sich hernimmt, lustig wird es eh gar, also nicht gar, aber irgendwann einmal, ja, ja, glaube ich, wenn man Talent hat und das wirklich so sagen kann, ich glaube, das können nicht alle behaupten, das weiß ich, aber ich möchte auch wirklich jetzt keine Arroganz ins Mikro kotzen, nein, im Gegenteil, ich glaube, vielleicht liege ich auch falsch, ich denke da auch, weil es ein wichtiger Ordnungsfaktor ist, wie wählt man was aus, ja, ähm, und da weiß man ja auch nicht, ähm, ähm, weil man will nicht gegen das Publikum spielen, sondern man bringt ja einen Abend gemeinsam, ja, weil ich habe ja den ganzen Tag Zeit zum Nachdenken, ja, das ist ja auch mein Job, ja, genau, wir haben schon mal gesprochen und da hast du genau das irgendwie gesagt und ich glaube fast genau so formuliert und das habe ich sehr interessant gefunden, also du definierst deinen Job schon sehr stark darüber, dass du halt einfach nachdenkst und diese Zeit, von der du ja schon gerade gesprochen hast, die anderen nicht haben, nutzt genau dazu und dann präsentierst du eben diese Gedanken und für die andere einfach keine Zeit haben. Ja, und das ist wirklich kein, weil ich kann, wenn es mir ein Haus bauen lässt, nein, wenn der Hieronymus Boscher Escher Bild malt, glaube ich, das ist wirklich, das kannst du nicht vorstellen, wie das ausschaut, das kann ich null, wenn ich bei Freunden, es ist nicht einmal eingeladen, wenn ich mich aufdränge und sage, kann ich dir irgendwas im Haus helfen, ich schwöre dir, es ist immer die Arbeit, die selbst eine, ich weiß nicht, eine Wespe im Delirium erledigen könnte, weil da muss halt irgendwo, legt es da um, das tut dort, und man macht es, um der Freundschaft die Ehre zu geben, aber konkrete Hilfe bin ich null. Aber beim Nachdenken oder beim Ausdenken, glaube ich, ein bisschen, glaube ich, kann ich das. Und man will aber den Leuten jetzt nicht irgendwelche Sachen vor den Kopf knallen, wo sie gar nichts damit anfangen können. Es ist auch ein bisschen, ich spiele ja auch viel mit dem Gunkel, ich kenne das Phänomen ein bisschen. Ich will aber die Leute auch nicht, man will sie auch nicht unterfordern, weil ich glaube, viele sind viel gescheiter, als man annimmt. Aber das ist gescheit, das klingt alles so wertend. Die Frage habe ich, glaube ich, nicht ausreichend gut beantwortet. aber beschäftigen die tagespolitische Dinge noch? Jetzt nicht nur im Kabarett, sondern eigentlich, du redest so vom Alter und man merkt ja doch dann irgendwann auch mal sehr viel wiederholt sich. es gibt Dinge, die jetzt ganz anders sind als früher oder so. Aber wie stark beeinflusst die so die Tageszeitung oder die Websites, die aktuelle? Also vom Inhalt her ist es oft zumindest bemerkenswert, kippt dann gern in Unverständnis. Viel mehr interessiert mich das Phänomen dahinter, wie es so man als Gemeinschaft oder auch als Mensch immer wieder ganz banal gesagt in dieselben Sachen reinkippt. Also nicht jetzt, was ist heute der Fall, sondern morgen, wenn jetzt diese Kriege, die stattfinden und ich denke mir dann oft, okay, ich würde gern wissen, was der nächste Krieg ist. War es jemand, kann jemand sagen, was in fünf Jahren der nächste Krieg sein könnte? Weil die zwei, die jetzt aktuell zumindest aus westlicher Sicht im Schirm sind, ist Ukraine und Gaza, hat jemand eine Idee, was der nächste Krieg sein könnte? Hat jemand eine Idee, wie das mit der KI in fünf Jahren aussehen könnte? Nämlich jetzt die Idee für in fünf Jahren. Weil was ich, und da wäre ich immer so ein bisschen pampig, dann nicht mag, ist, und ich weiß, man kann nicht alles hochrechnen, das ist mir völlig bewusst, weil das ist viel zu komplex geworden. Aber heute jemand so eine Grundsatzidee von, wie wird es dann sein? Dass man nicht so oft am Achso? Ich meine, nicht Achso. What do you mean Achso? Das ist ja der Haken, dass du dir das überlegst. Weiß ich, ich bin kein Politiker, wahrscheinlich eine sauschwere Hacke. Ich glaube, das ist wirklich sauschwer. Ich weiß nicht, ob man da viel zum Überlegen kommt, wenn du im Day-to-Day-Business eh bist, ob man dann wirklich sagen kann, pass auf, ich habe mir das auch geschaut, Lallon, nämlich auch da, wie mein Job ist, ich denke halt viel, und schau dann, connecte das mit dem Publikum, dass man nicht da sagt, mein Haken ist Politik vorausschauend zu denken, obwohl ich weiß auch nicht mehr, ob die Politiker wirklich so viel Einfluss haben, das ist alles sehr, es ist wirklich komplex, ich möchte wirklich kein Politiker sein, ich möchte, das muss so dermaßen zahre sein. Das denke ich mir auch und das, was du gerade ansprichst, glaube ich, das erledigen ja vielfach Berater mittlerweile, also ein Politiker selber entscheidet ja kaum mehr irgendetwas, das ist, wenn man es jetzt mit uns vergleichen würde oder mit unserem Beruf vergleichen würde, das ist so, als hättest du im Grunde nur mehr Ghostwriter und stößt dich halt dann hin und präsentierst. Was ich bemerkenswert finde, ist, wenn ich dann so Leute treffe, denke ich mir, ist bemerkenswert, eigentlich komme ich so mit 5 an 1 Prozent der Leute okay aus. Also manche mag ich mehr, andere weniger, ein paar können mir völlig gestrungen bleiben, es gibt auch Menschen, die mögen mich nicht, das ist ja in Ordnung. Nur, die treffe ich mich halt nicht und dann lasse ich sein Leben leben und dann halt nicht und dann drehe ich die Nachrichten auf und denke mir, ich weiß nicht, wieso das auf einer oder ist eine Vermutung auf einer gewissen Ebene so völlig anders abläuft, wenn man denkt, na dann lasst doch den in Ruhe und wenn wir nicht zusammenkommen, dann soll der, ich treffe meine Nachbarn auch nicht. Ja, sicher. Ich treffe meine Nachbarn an Griesen, aber ich will nicht, dass der bei mir einzieht, ich denke mir, das ist ja in Ordnung. Ja, aber natürlich habt es dein Nachbarentuch wenig Interessenskonflikte und ich glaube, wenn sowas dann halt wie es bei PolitikerInnen dann halt oft ist, so in einer Person so kulminiert, da muss man schon ganz schön was aushalten oder du musst ja danach irgendwie für was stehen und das vertreten und so und wie gesagt, ich würde das nicht machen. Nein, weil das glaube ich ich nicht aushalten will in einer politischen Diskussion. Also erstens, denke ich immer, wenn ich sowas sehe, und der redet etwas oder sagt etwas, egal wer, Politiker oder Journalist und ich weiß das auch, da darf er dort nicht sein. Ja, das ist ein voll guter Punkt, das ist aber, fände ich, gilt voll für Berufe und das ist echt die Frage, ob das so ist oder nicht. Ja, sag. Ich denke mir das total oft, das ist zum Beispiel ein Anspruch, den ich an mich oft habe, wenn das jetzt wer andere oder viele andere auch könnten, was ich mir da gerade ausdenke oder was ich da gerade sage, dann geht es eigentlich schon nicht mehr. Das ist so ein Anspruch oder das ist das, was ich immer oft denke. Ja, überlegt du, da sitzt, ja, Entschuldige, das sag du. aber ich denke, das ist vielfach auch und das ist insofern interessant, weil ist das der Anspruch an einen Beruf, ist das der Anspruch an einen Tischler, dass er der Einzige oder ist der das wirklich so kann? Nur, ja, ich verstehe deinen Punkt, ja, ich denke mir nur, angenommen, wie du sagst Tischler, du bist Bernd Tischler und der erklärt dir was von Tischlerei. Ich denke mir, jetzt tue ich dem einmal zu und sage nix, weil der eben viel mehr weiß. Ja. Ja, wenn ich mit Musikern zusammensitze und ich bin keiner, dann höre ich dort zu und sage nicht, ja, das ziehst, denke mir, Gerhard, du weißt ja nichts, halt doch einfach die Goschen, halt doch einfach die Goschen, die es ja mühsam. Ja, und das Fostzass, denke mir auch wieder, halt doch einfach die Goschen. Und wenn ich was wirklich weiß, dann sage ich das. Und das ist das Schöne, finde ich, dieser, der Begriff des Besserwissers ist so negativ konnotiert, wenn man denkt, eigentlich ist es cool, wenn einer was besser weiß, bei dem kann ich den fragen und das sagt man das dann. Sowieso. Und für mich ist das alles in meiner Welt, vielleicht liebe ich da wirklich, ich meine nicht, nein, glaube ich aber gar nicht, nicht so kompliziert, weil man kann mit Leuten auskommen, ohne dass man ein extremes Arschloch ist, ich bin schon auch kein Arschloch, aber halt nicht extrem. Und man kann, wenn Leute mehr wissen, zuhören und sagen, aha, und dann sagen, na, ich sehe das so. Ich glaube, diese, das meine ich mit den Phänomenen dahinter, die Grundhaltung, wenn man in ein Gespräch geht und sagt, ich will gewinnen, gehe ich heim. Ich finde auch. Wenn du gewinnen willst, dann gehen wir Dänisch spielen. Ja, dann hast du auch schon ein bisschen verloren, finde ich. Wenn du das wirklich brauchst, dann fällt da ganz grundlegend was. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, was hast du für ein Ich, dass du dich über die, zu, über das Gewinnen in einer Diskussionsrunde definierst? Genau, das meine ich eben, wenn du das brauchst, ne, das ist, da wären wir fast schon bei so Dingen wie, ja, der hat ja nur ein großes Auto, weil, und man weiß eh schon, ne, also wenn du das brauchst und du dieses riesige Auto brauchst für dein Ego, dann hast du irgendein anderes Problem und das ist, denke ich mir auch oft in so Diskussionen oder in so Gesprächen und so, wenn du es jetzt wirklich so brauchst, dass du da jetzt gewinkst, dass du diese Diskussion da jetzt gewinkst und wir reden jetzt nicht von Politikern, wo das ein Beruf ist, wo viel dranhängt, sondern man erlebt so oft so Leute, wo man einfach merkt, okay, der braucht es einfach jetzt, dass er als der Gescheitste darstellt oder dass er die Diskussion so unbedingt gewinkt, obwohl es oft schon um gar nichts mehr geht oder nicht um das geht, worum man eigentlich angefangen hat zu diskutieren und so, dann denke ich mir sehr oft, okay, lassen wir es einfach dabei, dann brauchst du es halt, ich brauch es nicht. Ja, und das soll jetzt bitte nicht heißen, ist mir auch wichtig, dass man auf einem hohen moralischen Rass sitzt und das alles verstanden hat. Nein, nein, es geht da noch nicht ums Verstehen. Ich denke, man kann sehr viel und man versteht sowieso das meiste nicht, aber es geht immer um den Moment, wo jemand einfach beweisen muss, dass er jetzt gerade der Bessere ist. Ja, das geht mir unheimlich am Arsch. Eben, genau, das meint. Ja, also dann denke ich mir, du, dann habe ich eine Lösung, ich gehe heim und du kannst machen, was du willst. Ja, genau, das meine ich auch. Und das ist auch ein Vorzug des Alters oder des halt wirklich alt, also ich, Sie sehen es nicht, aber ich habe nichts von ständig in der Hand. dass man ein bisschen aufgrund der Erfahrung ist nicht, wenn man toll ist, sondern wenn man Zeit mehr verbracht hat auf der Welt, hat man halt mehr sich in Erfahrung zusammengestoppelt. Das lasse ich aus. Das lasse ich einfach aus. Ja. Das lasse ich dann, dann bin ich da nicht, dann gehe ich woanders hin. Ja. Wenn es keinen Sinn macht, nämlich im Zugang zur Sache, dann ist ein Glaubenssatz im Gegenüber so stark verankert oder in der Denkstruktur, in der Denkgrammatik, dass wir da diese Denkgrammatik nicht teilen werden und deswegen ist auch der Inhalt dann sinnlos. Ja. Dein aktuelles Programm beginnt ja auch mit einem Dialog mit dem Publikum, nämlich fragst du als allererstes einmal, was ist wichtig im Leben? Und jetzt habe ich mir gedacht, das kann man doch dir auch einmal fragen, oder das würde ich dich jetzt an dieser Stelle auch gerne einmal fragen. Was würdest du auf diese Frage antworten? Was ist wichtig im Leben? Boah, das ist ja eine gemeine Nummer. Jetzt traut er so um. Okay. Nein, aber es ist berechtigt, weil wenn ich... Ja, und du musst... Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich die Leute frage, nein, was glaubt ihr denn und was ist wichtig im Leben? Wisst ihr was? Dann denke ich mir, nein, jetzt musst du es auch gefallen lassen. Ist gut so. Boah, also hoah. Also du kannst erstens Zeit lassen, zweitens ich werde, es wird ich und es wird dir niemand, ähm, bewerten. Es ist einfach nur, was würdest du, wenn ich dich jetzt einfach frage, was ist für dich wichtig im Leben? Was würdest du sagen? Also ich versuche immer so, um die, wenn es möglich ist, um die Kartensprüche, Aussagen herumzukommen, weil Liebe, genieße den Tag. Das wird ja oft, oder solche Dinge werden ja kommen. Liebe kommt sicher immer. Kommt sicher. Ja, Liebe ist natürlich ein großer Begriff, ja, weil da fällt ja viel drunter. Ähm, es gibt wirklich so Elementargeschichten, die wir brauchen, weil wir so gebaut sind. vielleicht Zuneigung, also abgesehen von Atmen, von, äh, essen, also schauen, dass das, die Hardware in Gang bleibt. Mhm. Gibt es glaube ich so gewisse Grundbedürfnisse, wie, wie, wie wahrscheinlich Zuneigung, weil auch im Tierreich braucht man irgendwie ein Miteinander. Die Frage ist ja, ob sich die Emotionen, wahrscheinlich gibt es Emotionen deswegen, weil sie den Fortbestand der Art erhalten. Und that's it. Ich glaube nicht, dass Emotionen sowas schauen, sondern, ja, Emotionen gibt es, damit es uns gibt. Ja. Aber ich stehe mich schon wieder aus der Nummer. Ich möchte, so. Ich sage einmal, abgesehen von dem, was man zwingend braucht, Luft essen, äh, also Nahrungszufuhr, den Körper in Gang halten, wie war das, wenn man das, Zuneigung, das klingt alles wie ein Kartenspruch, bis deppert. Die Triebe, die wir haben, müssen wir natürlich auch, im Weg, möchte ich nicht sagen, aber vorhanden. Vielleicht ist es gar nicht so viel. Was sage ich im Programm? Lass mir, Geld. Geld ist sicherlich auch ein Faktor in der Westinwelt. Ja. Wenn man sagt, ohne Geld, das sind die inneren Werte, dann denke ich, fuck off. Also geh mal, geh mal zum Bieler und zahl mir die inneren Werte. Ja, also wenn man mal das Leben innerhalb, äh, unseres Systems denkt, dann braucht man Geld. Braucht man Geld. Ja, ist ganz einfach. Ja. Und es ist ja nicht so, dass es die reichen Menschen zwingend immer schlechter haben. Das ist ja, also ich glaube, die wenigsten, die beim Fernsehen sich, hört so oft, aber ich glaube, ich glaube es nicht. ganz wenige superreiche Menschen beklagen sich im Fernsehen über ihre schlechte Position. Ja, das ist, und ich glaube auch nicht, dass man dieses Phänomen irgendwann wegkriegen wird. Ich glaube, das ist was, die, die Schere zwischen Arm und Reich, naja, das, wenn man das, vielleicht ist es auch was, was wir einfach in der, mit dem man umgehen muss. Ja, das war, bei der Titanic gab es ja auch, Titanic, Titanic ist unsinkbar. Ja. Ja, aber anscheinend nur für die Armen, weil für die Reichen gab es Rätungsboote. Ja, das ist ja ein total problematisches, aber leider sehr aktuelles Bild halt momentan, weil ich mir ja auch oft denke, oder sich ja mittlerweile die Frage stellt, wird sich das für alle ausgehen, und wenn nein, ist es dann wirklich so, oder es ist doch dann wirklich tatsächlich, also, oder ist es nicht am Ende dann tatsächlich so, wie es auf der Titanic schon vorgespielt worden ist, nämlich, dass es für die Reichen Rettungsboote geben wird, oder Zonen geben wird, die noch belebbau sind, oder, Du meinst jetzt grundsätzlich in die Zukunft gedacht? Ja, genau. Man kann sich auch da überlegen, war das immer schon so? Ja, ist das ein Phänomen, mit dem man, weil das habe ich mir mal überlegt, mit was müssen wir einfach leben, weil wir auch ein tierisches Erbe in uns tragen, ja, dass man dann nicht mehr so überrascht ist, sondern, wie können wir nur sagen, erst, wir haben Dinge in uns, ja, die, die sind halt, im Programm, in Beheizungen und Reisagen und Ersatz, oder stelle die Frage, ist Menschsein, der versucht zivilisierter zu sein, als wir eigentlich sind? Ja, weil so viel erschiebt und drückt, in welche Richtung auch immer, ja, mit Neid, Aggression, Hass, Liebe, Trauer, Freude, Sex, was auch immer, dass man halt schaut, so gut man kann, dass man das irgendwie im Zaum hält, weil halt ein anderer auch noch in der Welt ist. Okay, und, jetzt mache ich das Service noch einmal. Ja, ich weiß. Und, und frage dich, wie siehst du das? Jetzt für mein Leben, also grundsätzlich? Also ich, ich trage jetzt auch Amen und den Spieß um und frage dich, würdest du sagen, es ist tatsächlich nur der Versuch, mehr zu sein, als tierisches in uns ist? Ich glaube, das ist, das hat zwei Seiten, das, das eine ist, das Bewusstsein, dass wir eben tierisches Erbe, tierisches Erbe in uns tragen. Ja, nicht weil es böse ist, nicht weil es gut ist, sondern einfach, weil es so ist. Und das, glaube ich, sollte man am Schirm haben, ohne das jetzt Ausrede zu nehmen, dass man sehr vertrotlau führt, aber zu wissen von, ja, so ganz losgelöst bin ich aus dem, was in mir hockt und in mir schlummert, nicht. Und das ist jetzt nicht zwingend, weil ich ein Arsch bin, sondern einfach der Schirrpass in alle Richtungen. Und meine Aufgabe ist es, ein bisschen das so zu ordnen, was mich dann vielleicht ein bisschen mehr zum Menschen macht, als, und bei allem Respekt, ja, als einen Nacktmull. Ja. Und auf einer, wenn man die Auswahl treffen müsste, im, im Großen, auf die Frage, was ist wichtig im Leben, also für mich zum Beispiel ist, dass man sich nicht so, dass man seinen Standpunkt in der Welt nicht überschätzt, glaube ich zum Beispiel, ja, ohne jetzt in den Pathostopf zu hüpfen, aber so wichtig sind wir nicht, es sind 80 Jahre, man hat ein kleines Gastspiel, jetzt kommt doch der Pathos, und ich glaube, wenn man versucht, nicht ein größerer Arsch zu sein, als notwendig, ab und zu nachdenkt, was man macht, sich grob versucht, daran zu halten, und nebenbei so viel Spaß, wie möglich hat, ist das so ein Grundkonzept. Und ich glaube, wenn sich in diese Dinge, die anderen Dinge, wie Liebe, eine Eigentumswohnung, oder kann ich einen Urlaub irgendwie einfügen, kann sich das grob so ausgehen, dass man am Sterbebett vielleicht sagt, ja, die war in Ordnung, die Wäsche ist auch gemacht, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann geht es das Geschirr waschen. Ja, okay. Das ist zu wenig, das passt auf ein Post-it, das weiß ich schon. Ja, aber es ist doch auch ganz gut, also mir gefällt der Teil mit dem Geschirr immer noch wahnsinnig gut, weil er das Gespräch so zusammenhält. Aber das ist eine große Frage und da müsste man wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, aber ich glaube, alleine, dass man drüber nachdenkt und zwar nicht in einem esoterischen, die Welt, sondern wie ist, was heißt das, wie tun wir und wie ist es für, wie ist es einfach lässig für uns alle, ohne, ich weiß nicht, mir kommt das alles nicht so extrem. Es ist schwer, es ist schwer drüber nachdenken, aber ich glaube, die Lösung ist nicht kompliziert. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du eh schon gesagt hast und der, glaube ich, auch eine große Rolle spielt, ist aber dann doch Freundschaft und da würde ich jetzt ganz gern überleiten zu deiner Freundschaft mit dem Gunkel, weil du hast... Ist das gar? Du hast mir letztens erzählt, oder man fragt sich als Außenstehender, ihr funktioniert ja so wahnsinnig gut auf der Bühne und man fragt sich natürlich als Außenstehender oder als Publikum, fragt man sich, ja, wie ist es bei denen privat, wie viel ist da inszeniert, wie viel ist da Theater oder wie auch immer, aber ich weiß ja von dir, weil du mir das erzählt hast, ihr seid privat, ihr seid ja auch mehr oder weniger Best Friends, kann man so sagen, oder? Ja. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, du hast mir erzählt, ihr geht es gemeinsam einen Koffer kaufen und das finde ich so ein sehr, sehr schönes Bild, zum Beispiel, wenn man, wenn so, zwei, zwei, wenn zwei Leute, die sich gern so auf philosophischer Ebene, zwei Hirnwigs, ich sage einmal, auf philosophischer Ebene treffen, sage ich jetzt einmal, wenn ein Koffer kaufen gehen, das finde ich ein sehr schönes Bild. Ja. Aber beschreibt doch einmal, fangen wir ganz von vorne an, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, wie ist es dazu gekommen, dass ihr überhaupt Herz und Tieren macht? Also kennengelernt haben wir uns auch schon vor über 20 Jahren, da habe ich, da habe ich mit der Caritas Zivildienst gemacht, bei einem kirchlichen Verein, sagen, ich habe Wahnsinn, dass ich nicht instantan verbrannt bin, als Atheist dort, wundert mich. Und ich habe damals auch mit Kabarett irgendwie begonnen, wollte mich mal reingeroeven und dann habe ich einen Bekannten gefragt, der hat Arbeit, der hat Musik auch gemacht, oder ist der Donny Matryschitz, glaube ich war das, ja, ist aber wurscht, die Geschichte, kennst du jemanden im Kabarettbereich? Er hat gesagt, ja, ich hänge den Gunkel. Er hat gesagt, glaubst du, könnte ich den einmal anrufen, und ich möchte irgendwo mal mit irgendjemandem sprechen, damit ich irgendwie eine Ahnung habe, was irgendwie ist. Na ja, dann gibt er mir die Nummer, ich rufe an, treffe den Gunkel, das war damals im Blaustern, glaube ich, heißt das Kaffee so, und damals drauf, am Kaffee, und seitdem sind wir freundet. Okay. Ja, relativ, wie immer beim Gunkel, sehr unaufgeregt, und seitdem sind wir freundet. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Leute, die mit dem Gunkel befreundet sein wollen, weil er ein ausgesprochen interessanter Gesprächspartner ist, und darüber hinaus ausgesprochen netter Typ war. So ist es, ja, wirklich nett. Ja. Wie oft trefft ihr euch privat? Es ist wirklich unterschiedlich. Und man, ich sage mal, im Programm, man muss sich auch nicht wirklich jetzt jeden Tag sehen, oder jeden Tag treffen, aber man hat entzwischen kreiert, dass, nämlich zwischen ihm und mir, das keine Wirkung hat, und dadurch, dass es keine Wirkung hat, eine Wirkung hat. Nämlich, wenn wir uns dann, ob wir uns jetzt zwei Tage nicht sehen, oder zwei Wochen, ist völlig wurscht, wenn wir uns dann wieder sagen, ist es so, wie wenn der andere gerade vom Klo zurückgekommen war. Also das Zwischen ist einfach wirkungsfrei. Und dadurch, dass es aber keine Wirkung hat, hat es auf unser Miteinander eine große Wirkung. Nämlich, man lässt den anderen so sein, wie er ist. Und das ist auch nette bei Freundschaften, grundsätzlich, glaube ich. Ja. Bist du so, wie du bist, und ich bin so, wie ich bin, und wir finden uns im Leben. Und das sagt sich aus, ich glaube, Freundschaft, oder das, zumindest bin Gunkel, das hat es ja nicht, man hat es ja nicht hingestellt, sondern das ergibt es ja auch, und dann ist es ein Spaß, und du freust dir, was du siehst, und du redest über gemeinsame Dinge, weil es dich ja wirklich interessieren. Und dieses, wie du so schon gesagt hast, philosophische Miteinander, ich habe zwar Vierenwichsen abgebrochen, aber im Prinzip meine ich mir dasselbe, uns macht das einfach verdammt viel Freude. Wir können dann wirklich sieben Stunden im Auto sitzen, wenn wir nach einer Frühstellung heimfahren, und wir reden durch, über Dinge, wo ich, ich bin mir sicher, ja, nicht jeder sofort Freude empfindet, wenn man darüber nachdenkt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, aber ich kann mir das bei euch sehr gut vorstellen. Und der Gunkel ist ja wahnsinnig gescheit, er ist ja fast so gescheit wie ich. An dieser Stelle, liebe Grüße wieder. Da hört man Verschiedenes, aber es dürfte stimmen. Es ist eine 50-50-Geschichte. Nein, er ist wahnsinnig. Und das schätze ich auch an ihm. Er ist so intelligent und reibt damit nämlich nicht auf. Und das taugt mir so dermaßen. Es ist wirklich ein, er weiß, wo er sich hintut, im Gesamten. Wenn du sagst, er ist ein Musiker, so bin ich nicht. Und er sagt, das ist ein Musiker. Und es zeigt er jemanden, der Musik macht. Und ich finde das, und das ist nicht kokettieren mit der Welt, sondern er weiß, einfach wer er ist und was er macht und das ist wahnsinnig angenehm. Und ich bewundere seine Intelligenz. Das muss ich echt. Ja. Echt. Und er ist auch so ein lieber Kerl, wie du Exakt hast. Ja, da gibt es überhaupt nichts. Und deswegen, wir spielen ja jetzt das dritte Programm gemeinsam. Und es macht einfach, und ich hoffe, und ich vermute auch, das merkt man auch auf der Bühne, es macht uns einfach Freude, gemeinsam zu denken und miteinander zu sein, weil wir den anderen respektieren. Und das Schöne auf der Bühne mit ihm ist auch, da will keiner gewinnen. Genau. Also wenn ich eine halbe Stunde nichts sage, und ich sitze nur da, ich meine, na super, wenn du rätst, reicht das eh. Wenn eine halbe Stunde keiner rät, wird es komisch, aber einer reicht ja. Ja. Wie viel, das ist eine Frage, die sich einfach immer aufdrängt bei euch, zwar, wie viel ist improvisiert? Jetzt, bei dem Programm ein bisschen weniger, beim vorigen, bei Erz und in zwei, hat es einmal ein Abend gegeben, wo wir in der Pause gesagt haben, du, was ist, hast Lust, in der zweiten Halbzeit die erste spielen, weil wir haben nichts von der ersten Halbzeit gesagt. Aber jetzt haben wir es doch ein bisschen mehr, also es kommen so viele Dinge vor, die uns ein Anliegen sind zu kommunizieren, das fast ein bisschen drängt, dass wir jetzt nicht mehr so viel Spielraum haben. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei allen Zuschauern, die in den Vorstellungen waren, bedanken. Ich versuche soweit ich kann, das Niveau vom Gunkel zu senken. Nein, aber uns interessieren diese Dinge und die sind teilweise wirklich, ich habe mir das letzten Tag nach einer Vorstellung gesagt, boah, also wenn ich da jetzt im Publikum sitze, weiß ich nicht, ob ich alles verstand nicht. Ja, ich glaube, also, oder ich bin jetzt einmal ganz ehrlich, mir geht es so, mir geht es bei euch so, mir geht es aber auch beim Gunkel an manchen Stellen so, dass ich mir denke, das müsst ihr jetzt einfach nochmal hören. Ich glaube es ja, und das klingt gut, und es ist auch witzig und alles, aber lückenlos habe ich da jetzt manche Passagen nicht verstanden. Du warst da glaube ich der Erste, und jeder, der da was anderes sagt, ich weiß halt wie viel akademische, der lügt. Ja, wahrscheinlich, ja. Du sitzt ja in einem großen Boot, und selbst ich, und ich habe das Programm, das er spielt, schon vorher gehört, denke mir der primär, what the fuck are you talking about? Ja. Aber das ist auch seine Gabe, und was ich auch, ja, was ich auch cool finde, ist, dass er dem Publikum eben ein bisschen mehr zumutet, weil mir kommt vor, dass die Tendenz grundsätzlich eh in die andere Richtung geht. Ja, da bist du glaube ich nicht der Einzige mit dieser Meinung, und die ist auch begründet, würde ich einmal so sagen. Es gibt schon genügend andere Beispiele, und gerade, so, ich finde gerade im, im Fernsehen- und Serienbereich, tut sich gerade sehr viel, wo man sagen kann, okay, das sind auch viele Dinge, die früher nicht möglich gewesen wären, aber so im Großen und Ganzen, natürlich, wenn man sich privat Fernsehen anschaut, und so weiter, braucht man nicht lange reden, ja. Ja, ist eine interessante Frage, warum das so ist, ja. Das ist auch eine interessante Frage. Und warum man den Leuten nicht mehr zumutet, ja, das muss nicht immer gleich Nietzsche, Kantsch, also die große, weil ich das verstehe, weil die Leute haben anderes zu tun als überlegen, das ist, ich bitte, klar, die Frage ist nur, gibt es eine Abrisskante, wo man dann sagt, na, Alter, das ist ganz ehrlich, ja, also wenn du das in einer, in einer Runde bringst, mit Freund auf den Ohr, da wirst du zurechtgerückt, wenn man sagt, na, jetzt geht's, geht's her, oder wo, ich muss über was reden, ich habe da eine Idee, wir könnten uns ja, ich weiß nicht, einen orangenen Hut ins linke Ohr stopfen und wenn wir eine Ballerleiker nehmen und die ablegen, was glaubt ihr? Ja. Ja, da ist ein Mental Scratching von allen Einladungslisten in der Zukunft, ja. Ja, da wärst aber noch nicht am unteren Ende der Absurdität, was Privatfernsehen momentan zu bieten hat, ne? Ja, ich weiß auch, weil mittlerweile gibt es so viel Auswahl. Ja, was schaust denn du generell? Das ist ja eine Frage, die eigentlich in fast jeder Folgestelle, was schaust du oder hörst du beziehungsweise vor allem gibt es Dinge, die du empfehlen kannst, sei es jetzt Bücher, Filme, Serien oder so? Ich kann empfehlen einen, es gibt einen amerikanischen Philosophen, der heißt Sam Harris, den ich gern höre, der vielleicht da nicht so bekannt ist, kann. Entschuldige, höre, hast du in dem Fall Podcast oder inwiefern? Es gibt ja einen Podcast, es gibt doch ein Buch, es liegt glaube ich da irgendwo hinten, weiß ich nicht. Okay, ich kann es ja vielleicht sogar fotografieren und dann noch auf Instagram dazugeben oder so, Sam Harris. Sam Harris ist ein interessanter Mann, Harald Lesch im deutschsprachigen Bereich ist auch ein Mensch, den ich zweimal in meinem Leben treffen durfte, der Grunde kennt ihn viel besser, aber auch da gibt es auf YouTube und im Fernsehen Eckschichten, die glaube ich einfach, wo er das gut erklärt, ja, ich finde das auch nett, wenn, ich mag das, wenn Dinge wenig Aufmachung haben, wenn mir jemand etwas erklärt und ich verstehe, dass man das bildlich irgendwie transportieren will um dem Lauf, um den Leuten zu helfen, dass man es versteht, oft passiert es dann aber auch, dass das ins Falsch anrutscht. Comedians kann man im Internet selber googeln, das passt mir nicht dazu. Ich glaube auch, dass ich, was ich auch mache, sich selbst hinsetzen und einfach nachdenken, nur zum Spaß, wirklich nur, verstehe ich das, fällt mir da was ein, kann ich, ich habe einmal probiert zum Spaß einen Gedanken zu nehmen und im Denken zu drehen, rotieren zu lassen und von unterschiedlichen Perspektiven mir anzuschauen. Okay. Das ist nur Spaß. Das klingt ein bisschen weird. Meistens kommt eh nichts aus, oder zwei Gedanken gleichzeitig zu denken, aber wirklich probiert. Was schaffe ich das, dass ich zwei Gedanken parallel denke und würde das, würde ich etwas besser verstehen, wenn ich das schaffe. Ja. Okay, okay. Das klingt schon recht advanced, muss man sagen, aber, ja. Und das Lustige ist, es hat ja keiner eine Gange zu mir hätte, wo ich das machen muss, sondern es ist für mich so ein, für mich, denken an ein bisschen ein Touch und ui, das ist anstrengend. Ist es auch, aber es ist ja lustig. Ja. Man kommt einfach auf Dinge drauf und man sagt, stimmt das, stimmt das nicht, interessant, behirne ich das, weiß ich nicht. Und dann gibt es natürlich Grenzbereiche, wo ich weg bin. Also wenn es einmal so Vakuum, Fluktuation, Quantenmechanik, denke ich mir, und das verstehe ich nicht. Und zwar beim fünften Mal auch nicht. Und dann gibt es E-Docos über das schwarze Loch und was ist drinnen und denke ich mir, so, jetzt wird es aber schwer. Bedauerst du das dann eigentlich? oder du bist, ich sage das jetzt einfach so, weil es so ist, du bist überdurchschnittlich intelligent. Das weiß ich nicht. Ich behaupte, darum sage ich, ich behaupte es jetzt einfach einmal, weil ich es glaube, aber wenn du sowas dann siehst und nicht mehr verstehst, bereust du es dann oder wärst du dann gern noch intelligenter oder denkst du, ah, ist schon gut, so ich komme eh durch. Da ich auch keinen Druck habe im Gescheitsein, ist es ein, es kommt ja dann immer wieder. Ich höre dann wieder was und dann rede ich vielleicht wieder mal auch mit dem Gunkel drüber und dann lerne wieder was und dann schauen wir den nächsten Drucker an. Und wenn sich mehr formt, ist es lustig oder interessant. Wenn ich es nicht verstehe, ich sage, das verstehe ich nicht. Aber es ist mehr die Freude am Entdecken. Es ist wirklich dieses, und es kann irgendein Thema, wirklich irgendein ist mehr möglich oder unmöglich. Einfach so als Spaß. Wenn man eine Meterebene einnimmt und einen halben Schritt nach links geht und dann auf den Sachverhalt blickt, gibt es einen Schatten, den das Sachverhalt wirft, den ich aus der Perspektive nicht sehe. Und das ist dann zu Beginn für nichts, nur so wie andere gerne Fußball spielen geht. Wirklich, das klingt jetzt komisch, aber mir macht das einfach aus mir heraus einen Spaß. Ich mache das nicht den ganzen Tag. Das möchte ich heute dazu sagen. Es gibt da Sachen, wo ich dann einfach schieb wurscht. Ja, was auch nicht schlecht ist. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat? Ja, eines. Jeden Tag denke ich mir, was ist denn jetzt los? Gibt es ein Ereignis? Also, wenn wir über Digitalisierung gesprochen haben, ganz, ganz, ganz zu Beginn weiß ich noch, wollte ich irgendwas runterladen und da sitzt ein junger Freund in mir und plötzlich taucht auf der Button ich akzeptiere und er sagt drück und ich sage was? Na drück denn ich akzeptiere Button. Sag ich, was akzeptiert auch? Ist wurscht. Entschuldige, das ist wurscht. Das war ein Ereignis, dass dieses ich akzeptiere, weil früher, wenn du einen Vertrag gekriegt hast, mit 50 Seiten, hast du ja nicht unterschrieben, ich bin ja kein Trottler. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, was ich schon akzeptiert habe. Ich bin ja jeden Tag froh, dass man nicht vielleicht ein südkoreanischer Gemüsehändler abholt und es Karotte anbietet und zwar völlig im Recht, weil das irgendwo akzeptiert habe. Und was dann passiert, ist ein, das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Und wenn mir immer mehr wurscht ist, wenn es wurscht ist, und dann, glaube ich, kippt es im Punkt von, wenn man sagt, aber das mit dem Handy, jetzt ist es schon egal. Wenn du dein Handy hast, bist du eh schon, kannst du eh nichts machen. Auch ein Erlebnis, das mich fasziniert hat, angerufen bei einer Plakatfirma, hat gefragt, wir werden gern tausend Plakate bestellen, was kostet das? und er sagt, da würde ich es ja suchen, auf unserer Homepage nachzuschauen und ich schaue, ich schaue in mich und ich habe wirklich gesucht, ob ich irgendwann Ordner habe, wo das eine passt. Was? Da habe ich gefragt, na sind sie nicht die, bitte klären sie mich auf, aber sind sie nicht die Firma, die das anbietet? Doch, doch, aber das ist im Service nicht dabei. Man denkt, Entschuldigung, schauen ist im Service nicht dabei, aber ich bin ich ein relativ, ich bin jetzt, möchte mich nicht aufregen, aber es ist ein relativ dünnes Angebot, sie sitzen ja, du bist ja die scheiß Firma, du willst ja das sagen gehen, und da merkt man einfach, dass diese Verständnisinseln so ein bisschen, wenn du ein Boot losbindest und so langsam auf den Ozean treibt, der, der aber dort sitzt, sagt nicht, dass ich weiß, das ist ja der völlige Blödsinn, sondern, was meinen Sie, alter Mann? Man denkt, na was ich meine ist, dass ich mich, glaube ich, gleich erschießen gehe. Also es gibt viele von diesen Kleinigkeiten, die ich an mir feststelle, wo ich einfach mal denke, du, dann macht es so, ich halte es für deppert, aufgelegt deppert, aber wenn das die neue Konvention ist, nur eins sagt mir bitte nicht, dass es gut für mich ist. Also nicht wohin schreiben, zu ihrem Service, nein, nein, ich weiß ja, was für mich gut ist, du musst mir nicht sagen, dass das für mich gut ist, weil mir geht es am Arsch. Ich bin noch einmal, letztes Mal höre ich schon auf, Rudi, habe mein Handy mal eingeschaltet und war plötzlich eine neue Benutzeroberfläche. Und ich denke mir, nicht, nicht jetzt wieder lustig sein, bitte. Dann fahre ich in den Handyshop und sage, guten Tag, ich habe eine Frage, das ist eine neue Benutzeroberfläche, mit dem Ton, der Weg, wie eine neue Benutzeroberfläche. Warum? Er schaut sich das an und sagt, ah, das geht automatisch, das ist ein automatisches Upgrade. Dann hätte ich gerne ein Downgrade. Weil das Alter war eigentlich super. Ich habe mich gerade gewöhnt gehabt und das kann man leider nicht zurückstellen. Ich denke mir, das ist schade, weil ich muss jetzt, glaube ich, 20 Liegestütz machen, um eine Aggression aus mir rauszunehmen. und das ist aber gut, nein, das ist nicht gut für mich. Das ist gut für sie, weil sie weniger Hocken haben und das sagen mir gleich, pass auf, wir können es machen, wir können mehr Geld verdienen mit dir, deswegen stellen wir das um, denken wir, super, ich kehre mich aus, ist eine Wut, du nimmst mir Geld weg, so machen wir das. Aber dieses Rumeiern, denkt man, also come on, wie teppert hältst du mich? Also das ist ja nicht die Riemannsche Vermutung, die wir auflösen, das ist ein Zoll. Also vielleicht schwingt da ein wenig Ablehnung dieser neuen Art gegenüber und ich vergleiche natürlich meinen frühen Erfahrungsschatz gegen das, was jetzt ist und es gibt Dinge, die werden besser, ja, zum Beispiel, dass die Kameras bei Darmspiegelungen wirklich klein sind, ist ein enormer Vorteil, weil wenn man sich an die Lümerbrüder erinnert, da möchte ich nicht, da bin ich froh, dass die Kameras heute diese Größe haben. Nur nicht alles, was neu ist, ist leiband. Das ist, da muss man auch unterscheiden und nicht alles ist eine Altersfrage, sondern mein Alter rausgerechnet, soweit ich das kann, aus der Innenposition, gibt es auch Dinge, die auch ohne, dass ich 51 geworden bin, deppert sind. ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Schlechter. Lass uns verstehen. finde ich gut. Naja, man müsste das, man müsste das wirklich, die Frage ist nicht eine große, wenn ich um eine Antwort habe, also am langen Schlag, glaube ich, wird die Welt wieder besser. Vielleicht so in 100 Jahren, was natürlich für mich und alle Zuhörer null bringt. Und du selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? In einem lässigen Leben. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Also ein Satz macht jetzt mein Hirn, fällt mir ein von The Big Lebowski, wo ich glaube, der Walter sagt Fuck it, let's go bowling. Das wäre ein Titel. Inhaltlich würde ich meinen so als Inhalt vielleicht oder als Inhaltsverzeichnis gibt es glaube ich nur drei Punkte. Es sind in etwa 80 Jahre. Sei kein Arsch. Hab eine gute Zeit. Tschüss. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ich danke dir, Rudi und euch Zuhörern habt es fein. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Comedy oder Kabarett? Beides. Komödie oder Tragödie? Komödie. Handy oder Notizblock? Notizblock. Frühervogel oder Nachteule? Nachteule. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Pfah. 70, 30. Aber eher 70 Kopf, würde ich sagen. Nein? 70 Bauch? Das lasse ich offen. Okay, voll gern. Stadt oder Land? Stadt. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Beides nicht, wenn Eis. Mit Koriander oder ohne? Wurscht, was da ist, wird genommen. Party oder Zusammensetzen? Zusammensetzen. Kino oder Couch? Cooler mit der Couch ins Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Blockhouse. Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick? Beides super. Steven Spielberg oder George Lucas? Beides super. Mozart oder Beethoven? Beides super. Beatles oder Stones? Beides super. Madonna oder Cyndi Lauper? Beides cool. Oder Cyndi Lauper mehr? Whitney Houston oder Amy Winehouse? Beides super. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Wenn ich jetzt wieder sage, beides super. Dann nehme ich den Charlie Chaplin. Ist ja wurscht, tut mir leid, Buster. Ja, ist doch gut. Ist doch voll gut. New York oder Los Angeles? Wenn ich jetzt sage, Alt-Lenkbach verliert es, gell? Nein, das ist... Nein, das ist... Wären wir schauen. Italien oder Griechenland? Italien. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest? Oder morgen ist Anwarttag? Worauf wartest? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at